Es ist 3 Uhr morgens und das ist ein Schraubenzieher. Bonio meine Freunde der Leichtunzeichenunterhaltung. Der Schein trügt nicht, es ist wirklich 3 Uhr und das ist mein magischer Harry Potter Sauberstab. Harry Potter, Harry Potter. Das ist auch aus diesem wunderschönen PewDiePie-Paket, was der uns gezeigt hat, von den tollsten Simulatoren. Ich lasse mir das mal wieder so ein Ding da, weil der hat da nur so kurz reingeguckt. Das muss man mal ein bisschen mehr reviewen. Das ist genauso wie mit dem Baum-Simulator, das war auch so schön und bestehen schon die ganzen Ziele. Ich habe mich schon nicht bewegt und die flippen von, von, von. Ich fange jetzt einfach an. Ich schneide das irgendwie zusammen. Yeah, yeah. Okay, dann würde ich sagen, sup Mr. Gorilla, your mission is to go to the end. To the end of the city, wollte ich sagen, aber es ist gar nicht das Ende. Mega-geg. And kill every human you see. Effekt bestimmt gerade der Nachbar-Arbeiter gemacht. Egal, nochmal selbst. Was kann ich sonst machen? Rennen? Oh yeah. Was steht ab? Können wir rummachen und Babys kriegen? Hallo, guten Tag. Es ist ein bisschen peinlich, aber ich finde dich eigentlich ganz süß. Aber manchmal habe ich spontane... Oh, wie peinlich. Können wir euch töten? Nein. Müssen wir erstmal wieder Big Boss rumgehen und sagen wir so. Was geht, Digga? Ich habe heute einen krassen Dracker in der Stadt gehabt. Ja, ne? Habe ich gehabt, so. Aber habe auch ein bisschen mexikanisch... Uh, das war mir jetzt aber ein bisschen peinlich. Okay, ich gehe wieder zurück in die Stadt. Ja, hast vollkommen recht. Darfst du mich reinlassen in den Club? Nein, das ist voll normal. Oh, ich schlafe lieber schneller. So, jetzt machen wir nochmal hier so eine kleine... Uh! Was ist denn jetzt passiert? Schauen wir mal schnell den Super-Antrieb. Können wir bitte... Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist schon wieder passiert. Oh nein, das ist schon wieder passiert. Ich finde es fantastisch, Leute. Ich finde es fantastisch. Besonders ab und an reibe ich mich unter anderem auch noch sehr gerne an Bäumen. Aber nur... Manchmal... Oh Gott. Das hier direkt explodiert. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh, schnell, Torbo. Hallo. Mögt ihr mich? Äh, wo ist der denn her? Der kommt aus Tron, oder? Das ist so ein Tron-Mitglied. Wie heißen die Charakter aus Tron? Nein! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ups. Wie töte ich euch denn? Ich muss ja voll gut zielen. Äh! Was ist da passiert? Aber Moment, das ist doch jetzt ein Weibchen da. Nein, 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 nein. Bleib mich dran, bleib mich dran. Nein, okay. Ups. Damit du wiederkommst in dein Leben. Herzhaft, Leute, wo bin ich? Kein Job jetzt. Wo bin ich, Alter? Herzhaft, wo bin ich? Wo? Alter. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Das ist mein Problem gerade. Okay, ich bin jetzt einfach ein unsichtbarer Gorilla. Ich kann aber immer noch pupsen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin bin. Ihr sollt Gorillas sein. Sagte schon. Mein Vater. Gorilla. Toni. Der Vater von Asi-Toni. Oh. Wirf die Bohnen und Fässer. Wie damals im Irak. Hä? Übertreib doch nicht. Oh, zwei mit einem. Wisst ihr, warum ich ein sicker Babel bin? Ich muss doch einmal springen dabei, ey. Das ist echt nicht so gut, ey. Ey, Leute, ey. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Vitamine und so gegessen, ey. So wie Erdbekäse. So ein bisschen Erdbekäse. Affe. Ich wäre so gerne wie ein normaler Affe. Ich kann keine Scheiben kaputt machen. Voll buggy, Alter. Voll buggy. So ein Game spiele ich nicht, weil es für buggy ist. Sagen es für viele. Und weil es für buggy ist, so ein Game. Oh ja. Guck mal hier, Leute, ey. Guck mal hier. Wo seid ihr denn her? Wo seid ihr denn her? Wo kommt 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 nach wo und alles? Ich glaube, er dreht durch. Ich glaube, er dreht durch. Ich glaube, er dreht durch. Brett durch. So, und wir machen jetzt weiter im Hobbel-Simulator. Vielleicht bin ich auch nur in die First Person gewechselt. Und zeige euch jetzt mal, wie man ordentlich ein Haus fickt. So, bereit? Oh ja. Oh ja. Ich bin im Haus. Oh nein, oh nein. Ey, jetzt stecke ich auch noch im Haus fest. So meine Freunde der Leuchten und Seitenunterhaltung, weil ich immer noch hemmungslos hier in diesem Teil feststecke. Und nicht mehr weiterkomme und mich nur an Leute anschreien von der Seite. Also so wie immer. Nur normalerweise schreien die, äh, du Schraubenschlüssel oder äh, du Harry Potter, Harry Potter. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das ist mal ein bisschen was anderes. Ich hab ja auch immer mal wieder Spaß, ein paar neue Spiele auszuprobieren. Oh, das hat wirklich für ihn ein bisschen... Geil, Schmerz. Voll ekelhaft. Gut, und dann wünsche ich mir mit meinem magischen Zauberstab noch, dass der wunderschöne Galaxy Server funktioniert. Und dann machen wir Hicks, 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 damit das funktioniert. Und dann sage ich Tschüss, bis morgen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Like, wenn euch das gefallen hat, ansonsten steckt euch einfach irgendwie so ein Ding in die Nase. Chuuuuuuuuuuuuuuuuch.